Moin seht ihr Füchse da draußen und willkommen zurück hier im Fuchsbau. Ich bin der Blaufuchs und begrüße wieder recht herzlich zurück zu Pokémon Schwert. Wir sind aktuell im Wirrscheinwald und ich gehe mal grad wieder online. Voll vergessen wir sind ja vorn raus geflogen. Jetzt sehen die ganzen Leute im Internet gar nicht wie toll wir alles an Pokémon hier einfangen. Hier wo nicht? Ich will das auch in die Welt hinaus posauen was ich alles Tolles fange. Ja wir arbeiten uns heute hier weiter durch den Wirrscheinwald durch und versuchen sämtliche Geheimnisse noch zu entdecken. Da oben ist auf jeden Fall noch was, da müssen wir gleich noch mal runter springen. Geht's bestimmt gleich noch mal irgendwo links ab. Muss ja. Aber hier geht's jetzt raus. Da sind wir zu weit. Ne, uuuuh, Fairbally. Das sieht ja mal schön aus. Also so rein optisch muss man echt sagen, haben die sich wirklich Mühe gegeben. Auch mit den unterschiedlichen Orten und so. Hier so eine kleine Stadt mitten im Wald voller riesiger leuchtender Pilze und wir hauen auch gleich wieder ab. Wir wollen jetzt erstmal noch raus finden. Irgendwo muss man da ja noch an diesen Ball kommen. Ich will den haben. Wir müssen ja irgendwie da hoch kommen. Das heißt es muss ja irgendwo... Da, guck mal. Muss irgendwie in diese Richtung noch weiter gehen. Ah, sieht gut aus. Ein Pelzepup. Fehlt uns eh noch. Können wir den eben noch einfangen, hier den Pelzepup. So, mach dir mal keine Sorgen. Wir machen jetzt mal einen Funkensprung. Der ist 8.30 Uhr. Das wird den nicht wegknürzen. Das kann nicht. Au. Das kann eigentlich nicht. Na also. Da gibt es doch endlich auch mal Pelzepup jetzt hier. Superball bitte. Na also. Pelzepup wurde gefangen. Ich würde sagen 1a. Klasse schon fast. Jetzt finden wir mal raus was mit ihm los ist. Mit diesem Pelzepup. Schellen-Pokémon und Lichtfee. 0,8 Meter. 12,5 Kilo. Es nutzt eine Taktik, bei der es sich niederwirft und vorgibt sich zu entschuldigen. Nur um dann mit seinem spätigen Haar zuzustoßen. Das klingt ganz schön gemein. Spitzname Lucifer. Nee, komm hier. In der Box und dann bloß nicht wiedersehen. Pelzepup ist nicht so mein Pokémon. Wird der Träger von einer Wasserattacke getroffen, steigt seine Spezialverteidigung und das Item verschwindet. Leuchtmoos. Wenn ich jetzt hier runtergehe, bin ich zu früh runtergegangen. Ja. Schade. Wir sind hier nochmal durch. Und höher. Wir müssen höher. Hier haben wir noch einen Ball. Kehrtwende. Nach der Attacke eilt der Anwender zurück und tauscht den Platz mit einem anderen Pokémon. Okay. Nun haben wir aber Aal. Und nun können wir gehen. So. Nun aber auf. Nach Fairbally. Sollten wir da nicht diesen Liebesbrief auch überreichen? Ich glaube schon, oder? Sieht aber echt schön aus. Aber hier siehst du wieder Serious Popping, ne? Achtung. Und wupp. Weg sind sie. Und... Oh, scheiße. Jetzt bist du zu weit. Hahaha. Noch sehen wir sie nicht auf dem Dach des Pokémons. Und... Wupp. Da sind sie. Bubu. Ja moin. Richtig Action hier. So. Fairbally. Eine charmante Siedlung, die zwischen den Wurzeln riesiger Bäume erbaut wurde. Und Pilze. Bäume und Pilze. Du darfst hier wahrscheinlich nicht zu viel atmen, dann kriegst du die ganzen Pilzsporen in Lunge. Mit diesen seltsamen leuchtenden Pilzen wollen uns die Feen-Pokémon einen Streich spielen. Wer sich im Wirrscheinwald verläuft, hat das wahrscheinlich den Feen-Pokémon zu verdanken. Ich dachte, Feen sind nett. Diese Stadt hat das gewisse Etwas, mit dem sie einem heimlich still und leise in ihren Band zieht. Und danach bleibst du für immer hier und gehst nie wieder. Ja, wir heilen erstmal durch. Boah, das gibt's doch wohl nicht. Wir bleiben heute offline, das nervt ja nur. Hab ich schon mal erwähnt? Dass Nintendo Online richtig, richtig gut ist. Das läuft stabil. Bitte behehren uns bald wieder. Wahrscheinlich haben die heute irgendwie die Server runtergefahren, weil die keine Lust haben oder so. Ich weiß es nicht. Gut, wir sind geheilt und können wir uns ja jetzt nochmal ein bisschen in der Stadt umsehen. Wie ist richtig was los? Moin. Frank, so heißt mein Opa. Okay. Tschakka, tschakalakalaka. Ich bin ein Pokémon. Los, kämpfe gegen mich. Äh, okay, ich erkläre dir mal, wie ich das sehe. Gehören Hopplo und Thermopod derselben Art an? Nein, oder? Und doch bezeichnen wir sie beide als Pokémon, nicht wahr? Hopplo und ich gehören verschiedenen Arten an, genau wie ich und Thermopod. Im Umkehrschluss wäre es also nur logisch, mich auch als Pokémon zu betrachten. Ergibt Sinn, oder? Ja, ich rede mir die Welt auch immer, ne? Es ist zwar nett gemeint, aber du musst mir nicht nur aus Höflichkeit zustimmen. Ich sehe ja selbst, dass der Vergleich hinkt und es eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit ist. Ich wollte halt bloß gerne ein Pokémon sein. Aber das kannst du ja auch. Ich hab's. Kleider machen Leute. Sagt man doch, oder? Ein Outfit beeinflusst das Innenleben. Das heißt, wenn mir ein Outfit das Gefühl gibt, ein Pokémon zu sein, dann bin ich ja quasi wirklich zu einem Pokémon geworden, nicht? Hör mal. Wärst du so gut ein Outfit zu tragen, das meine brodelnde Leidenschaft verkörpert? Am besten in einem Design, bei dem man das Gefühl hat, das feuerförmlich zu spüren. Ja, sehr gerne. Ich möchte gerne einen Glumanda oder einen Glurak-Anzug anziehen. Moin. Papella ist gefühlt schon ewig Arenaleiterin dieser Stadt. Ihr seid doch noch gar nicht so alt. In Papella Stadion gibt es auch eine kleine Bühne. Moin. Hm. Ja, ich bin Frank. Was? Du bist hier, um mir einen Brief zu überbringen? Du überbringst ihm den vergilbten Brief. Mal schauen, von wem er ist. Du meine Güte, von Paulina. Ach, da wären Erinnerungen wach. Wir haben oft zusammen gespielt, als wir klein waren. Aber irgendwann ist sie sehr krank geworden und wollte das von mir geheim halten. Deswegen haben wir uns fürchterlich gestritten. Dann ist meine Familie plötzlich weggezogen. Und seitdem haben wir uns nicht mehr gesehen. Ging es Paulina gut, als du sie gesehen hast? Äh... Ja. Das freut mich. Hier hast du eine Belohnung dafür, dass du mir ein Stück meiner Jugend wiedergebracht hast. Wahlschal. Ein Item zum Tragen. Der Schal erhöht den Initiativenwert. Aber nur eine Attacke ist einsetzbar. Aha. Moin. Manu, störe jetzt nicht. Ich unterhalte mich gerade. Okay. Die sind hier alle ein bisschen strange. Die eine unterhält sich mit der Wand. Die beiden sind älter und er hat eine sehr junge Brieffreundin. Das passt schon. Alles normal. Alles normal. Zwei Riesenpilze. Kohle geht rein. Gala. Ach süß. Gehen wir mal hier noch hinein. Oh. Du hast also den Arena-Orden von Passpack errungen. Dann weißt du diese TM sicher einzusetzen. Zeug mal her. Du hältst TM-77-Bürde. Eine Attacke, bei der der Anwender das Ziel bedrängt, fügt Ziele mit Statusproblem hohen Schaden zu. Es kann sehr hilfreich sein, deine Pokémon-Attacken verschiedener Typen beizubringen. Erzähl mir das mal. Frag mal Takiro. Der kennt sich aus. Hahaha. So. Für Pokémon und Trainer ist es so eine Entwicklung... Ne. Für Pokémon und Trainer ist so eine Entwicklung schon eine vertrackte Angelegenheit. Ein Pokémon wird dadurch zwar stärker, aber sein altes Aussehen geht unwiderruflich verloren. Willst du wissen, wie man einem Pokémon zu mehr Stärke verhelfen kann, ohne dass es sich entwickelt? Ja. Am besten erkläre ich dir das bei einem flotten Kämpfchen. Auf die Plätze. Fertig. Kampf. Wenn in der Wohnung, und das stört hier Omi nicht, wenn wir hier einfach loslegen. Züchterin Nadine. Na doch mal los, Nadinechen. Kerada. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Aber ich hoffe, es hat irgendwie Käfer in sich drin. Oh, Knirscher ist sehr effektiv. Oh, ich knirscher da mal drei. Das wird schon. Das ist sehr effektiv. Reflektor. Gegen physische Attacken. Ich denke, Knirscher wird trotzdem... Das geht schon dennoch. Schnell und schmerzlos. Ich hätte nicht gedacht, dass du den Panzer von Kerada durchbrichst. Na ja, klar. Mit meinen scharfen Zähnen beiß ich da so durch. Kerada war doch ein ziemlich harte Nuss, oder? Nein. Und das, obwohl es sich noch nicht voll entwickelt hat. Das Geheimnis liegt in diesem Evolith hier. Du erhältst einen Evolith. Ein mysteriöser Klumpen, der die Verteidigung und Spezialverteidigung von Pokémon erhöht, die sich noch entwickeln können. Ah, wenn ein Pokémon das sich noch entwickeln kann, einen Evolith trägt, steigen seine Verteidigung und Spezialverteidigung. Zählt das auch für mein Evolith, das sich eigentlich noch entwickeln kann, aber es in diesem Spiel nicht kann, weil es so einprogrammiert ist, dass es das nicht kann? Frage für einen Freund. Lampi! TM21 Erholung. Anwender wird vollkommen geheilt, von allen Statusproblemen befreit und schläft die folgenden zwei Runden. Uh, das ist gefährlich. Duftpilz. Gut, darum gehen wir jetzt erstmal weiter. Hier scheint es nicht viel mehr zu entdecken zu geben. Sondern es geht straight zur Arena. Fair Ballet Stadion. Na dann, äh, mal ran. Ups. Oh, Nia! Sag bloß, du hast schon vier Arena-Orden. So langsam wirst du mir ja richtig gefährlich. Peko! Gehört? Sogar Morpeko kriegt immer mehr Respekt von dir. Was? Moment mal, Morpeko. Willst du mir etwa sagen, dass du Nia magst? Das ist unser Gegner in der Arena-Challenge. Ist dir das klar? Na schön, was soll's. Weißt du was? Ich geb dir meine Liga-Karte. Du hältst die Liga-Karte von Mary. Du sortierst die Liga-Karte in dein Album ein. Sie ist als Zeichen dafür, dass ich dich als meinen Rivalen anerkenne. Schließlich haben es außer uns nicht viele soweit geschafft. Wir sehen uns am Ende der Arena-Challenge. Als Gegner. Klar. Und danach werden wir Freunde werden. Wie sagt ihr das? Ach, dass wir so ein Evoli... Ich will auch so ein Evoli-Kostüm haben. Wieso kriegen wir nicht so ein Evoli-Kostüm? So, dann werfen wir mal einen Blick in den Liga-Karten. Du, Mary. Drehen. Als Kind war sie sehr weinerlich. Doch als sie von ihrem Bruder ein Pokémon bekam und mit ihm spielte, wurde sie positiver und entwickelte ein Talent als Pokémon-Trainer. An der Arena-Challenge nimmt sie zum Wohl ihrer dem Verfall preisgegebenen Heimatstadt Spikefort teil. Mittlerweile haben jedoch auch die Boutiquen in Gala ihr Interesse geweckt. Obwohl sie in ihrer Heimatstadt zu einer echten Berühmtheit geworden ist, scheint sie das selbst wenig zu interessieren. Es macht ihr aber offenbar Mut, dass sie so von Team Yell unterstützt wird. Unser Ballkumpel ist auch wieder da. Hallo. Hey, ich bin's, Balduin. Diesen Blick in deinen Augen kenne ich. Du bist verliebt. Da habe ich genau den richtigen Ball für dich. Hier bitte sehr. Du behältst einen Sympa-Ball. Okay. Ein Ball, der sich besonders gut eignet, um Pokémon zu fangen, die ein anderes Geschlecht haben als dein Pokémon. Uh. Und was ist mit gleichgeschlechtlichen Paaren? Oh, jetzt geht die Diskussion los. Jetzt können wir ausrasten. Haha. Ein Sympa-Ball sorgt dafür, dass sich Pokémon leichter fangen lassen, wenn sie ihr Geschlecht von dem deines Pokémon unterscheidet. Schon faszinierend, was da in einem Pokémon steckt, oder? Jede Menge Technik, ne? Was ist hier los? Was soll das mit den Quizfragen? Für uns geht es hier ums Ganze und sie verplempert unsere Zeit mit Spielchen. Oh, Quizfragen. Ah, Papella ist streng, aber lass dich nicht einschüchtern. Nö, du. Kerada! In letzter Zeit reden die Leute immer mehr von dir, Nia. Nia, du bist so knuffig. Freut sich auch selber. Tut doch so, als wäre sie so ein kleines Evoli. Hi. Sag mal, hast du vielleicht ein Makabaya, das du hier in Gala gefangen hast? Wenn ja, würdest du es gegen meinen Makabaya aus einer anderen Region tauschen? Ja, klar. Ich habe sogar wirklich eins. Guck mal hier. Wow, kann ich dieses Makabaya echt haben? Ja, klar. Ich mag das eh nicht. Jetzt bin ich mal gespannt, wie das andere aussah. Ich erinnere mich nicht mehr. Na gut, dann mag ich das andere doch lieber. Naja. Hihi, so macht tauschen Spaß. Das ist richtig. Der sieht echt stark aus. Pink spielt sie damit auf den Typ Fee an? Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. Gegen Fee ist nur GIF effektiv und starr. Das heißt, wir werden wieder mit purer Gewalt versuchen müssen, da irgendwie durchzukommen. Aber, ich sage euch wie es ist. Kriegen wir schon hin, ne? Herrmann erstmal nach vorne holen und dann pure Gewalt wieder. Hallo. Willkommen, Arena-Challenger. Möchtest du in unserem Arena-Stadion antreten? Dann ist der Plan. Dann würde ich dich zuerst bitten, in der Umkleidekabine in deine Uniform zu schlüpfen. Mach dich auf eine Arena-Mission der etwas anderen Art gefasst. Dieser Test wird zeigen, was wirklich in dir steckt. Oh, hoffentlich nicht so viele komische Fragen. Jetzt offenbart sich, was für ein Pokémon-Noob ich bin. Jetzt passt mein Err auf, du. Jetzt geht es gleich los. Das ist Pikachu. Deine Uniform steht dir wirklich ausgezeichnet. Bist du bereit? Dann kann es losgehen. Oh, tschau, 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 tschau. Ich bin gesperrt. Du, 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 du. Ja, es scheint wohl wirklich irgendwie filmmäßig zu sein. Okay. Da bist du ja, Kindchen. Und du hast immer noch viel zu wenig Pink an dir. Na, sei's drum. Bei der Arena-Mission ist gleichzeitig auch ein Vorstellungsgespräch. Ich bin nämlich auf der Suche nach jemandem, der mein Nachfolger als Arenaleiterin antritt. Du wirkst verunsichert, Kindchen. Keine Sorge. Ich werde dir schon nicht den Kopf abreißen. Du musst lediglich ein paar Fragen beantworten und dabei gegen andere Trainer kämpfen. Das wird ein Kinderspiel. Du wirst schon sehen. Es gibt da nur einen kleinen Haken. Für jede falsche Antwort, die du gibst, sinken die Statuswerte des Pokémon, das gerade für dich kämpft. Dafür erhöhen sich seine Statuswerte aber auch, wenn du eine Frage richtig beantwortest. Warum das so ist, fragst du? Nun, Fan-Pokémon verfügen eben über unerklärliche Fertigkeiten. So, dann wollen wir doch mal sehen, wie du dich so schlägst, Kindchen. Oha. Nur der, mein Los. Hoffentlich verkacken wir nicht. So, die Arena-Mission kann losgehen. Gib alles. Brrrrk. Ihr habt ja richtig schön dekoriert hier. Sieht ja fast gut aus. Na du? Was ist denn? Was war nochmal die Mission? Ich möchte aufgeben. Los geht's. Dann viel Erfolg. Jo. Ich dachte, du wärst schon der Erste. Aber nee. Ach, ist ja geil. Hallo, Teechen dabei. Also dann. Wollen wir doch mal sehen, ob du das Zeug zum Feen-Arena-Leiter hast. Arena-Trainerin Susanne fordert hier heraus. Moin, Susanne. Parfi. Parfi. Voll am Schreien hier. Rrrrk. Rastet komplett aus. Also. Nitro-Ladung. Wir hauen hier nur mit Gewalt rein. Mehr hab ich nicht. Hab wieder nix, was vom Typ her effektiv ist. Das ist das Problem. Psychokinese. Oh shit. Lassen sie das. Frage. Ja. Kennst du die Schwachstellen von Feen-Pokémon? Es ist Gift. Also. Ja. Gegen Fee ist Gift effektiv und Stahl. Beides. Gift. Fabelhaft. Gift-Attacken sind sehr effektiv gegen Feen-Pokémon. Also hier wäre jetzt beides richtig gewesen. Hermann ist ein bisschen schläfrig. Wir haben glaube ich gar nix mit Gift, ne? Und auch nix mit Stahl. Doch. Stahl haben wir. Wir haben Stahl. Wir wechseln gleich. Wir haben Stahl. Wie wenn Stahl-Pokémon haben. Saboin ein. Möchtest du den Pokémon wechseln? Ja. Hier. Mike hat doch Stahlflügel. Ja. Da geht was. Da geht was. Los Mike. Uh. 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 Zaboin. 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 Han ist gut. So. Ich hatte ja gesagt. Wir machen während eines Kampfes keinen Break mehr. Aber da wir jetzt hier gerade mit in so einer Arena-Channel sind. Und die wahrscheinlich gleich noch ein bisschen länger dauert. Machen wir jetzt doch einen Break. Voll fies. Ich bedanke mich an dieser Stelle bei euch fürs Zusehen. Hoffe ihr das soweit bei ihnen Spaß. Wenn euch das ganze gefallen oder nicht gefallen hat. Lasst meine Läumlein da. Kommentare und Feedback natürlich. Wie immer gerne ein tolles Video posten. Und ansonsten sehen wir uns dann gleich im nächsten Part wieder. Bis dahin euch. Viel Spaß beim Zocken. Tschüss. Euer Blaufuchs.